Der Ausbau des kommunalen Wertstoffhofs Silberbergweg ist gestartet. Bis 2024 investiert die Stadt mehr als 3,2 Millionen Euro. Die nutzbare Fläche für den Wertstoffhof werde dabei mehr als verdoppelt. Der zuständige Beigeordnete Holger Platz betonte, dass Magdeburg im Norden der Stadt einen Vorzeigewertstoffhof bekomme. Die Kunden werden dann über eine Rampe in eine höher gelegene Fahr- und alte Umfahrung nutzen und bequem von oben die Container befüllen können. Alles getrennt vom betrieblichen LKW-Verkehr. So kann ein Wechsel von vollen Containern im laufenden Betrieb ohne größere Störungen der Anliefernden erfolgen. Am Eingang entsteht eine Schadstoffannahmestelle. Bisher ist das nur an den kommunalen Wertstoffhöfen Krakauer, Anger und Hengelsberge sowie am Schadstoffmobil möglich. Für den neuen Wertstoffhof soll Recyclingmaterial zum Einsatz kommen, wie der Betriebsleiter des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes Andreas Stegemann mitteilt. Für das Gebäude sind eine Photovoltaikanlage sowie zwei begrünte Dächer vorgesehen. Während der Bauzeit bleibt der Wertstoffhof Silberbergweg geöffnet. Auf dem angrenzenden Grundstück entsteht zunächst das neue Büro- und Sozialgebäude mit Kundenanmeldung und Kontrolle der Anlieferungen. Etwaige Einschränkungen bei der Anlieferung von Abfällen während der Bauphase will die Stadt so gering wie möglich halten. Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet hierfür um Verständnis.